So, warte. So, wir sind am... Hallo, das ist... Falsch rum, ne? So, das ist hoffentlich der letzte Drehtag. Das wäre ja. Dann haben wir es bald geschafft. Das Wichtigste ist drin, ne? Luki ist auch richtig gut drauf. So, wir sind jetzt hier in der Turnhalle. Turnhalle! Guck mal, die beiden... Das sind die Affen, die spielen nur mit dem Ball. Weil mehr können die nicht. Ball. Guck mal, ob er es schön gelben genommen hat. Ball. Ja, super. Sagt man jetzt mal irgendwas? Scheidenpilz! Tamaris! Was malst du denn? Malen? Malen nach Zahlen? Ja, wo sind die Zahlen? Malen nach Zahlen kann ich nur zahlen. Malen nach Zahlen ohne Zahlen. Was? Oh, was sieht denn da drin aus? Gipshorn? Gipshorn? Ich dachte, du machst ein Foto, aber... Nein, hilf auch mal. Warte. Wo ist das da hinten? Nee, lass das stehen, Max. Wer war das? Das war ekelhaft. Ja. Okay, ganz los. Szene 3, Tag 4. Okay, los! Ganz kurz, Ruhe. Okay, jetzt. Szene 4, Tag 1. Ja. 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 Das war jetzt nichts, das geht los. Die Sterne scheinen, der Mond, der hält. Weil die Dächer dieser Welt. Doch du kannst es schon lange nicht mehr sehen. 4, 6, Tag 1. Okay. Okay. Ich fahr. Ich kann nicht. Bitte warten nicht mit dem Buchfahrer. Ja. Oh, ja. Dose. So, jetzt machen wir jetzt hier irgendwas für die Kamera. Hallo. Hallo. Wir sind jetzt auf dem Weg nach dem Messlin hin zum... Lach, mach die Musik laut. Ja. Zum Nikolaus Rock. Warte, ich muss kurz gucken. Ich seh das ja. Ja. Und jetzt ist Tim dran. Ich bin noch ganz schön voll von gestern. Aber gut drauf. Jetzt ist Manu. Ich bin sehr nüchtern. Und das wird auch so bleiben. So, ihr Fatsen. Hallo. Ich erzähle hier gar nichts mehr an. Ich erzähle hier kein Wort mehr. Hallo. So oder nicht? Hey, reicht's mir denn? Quatsche, Mädchen. Seitdem Manu nicht mehr trinkt, ist es ein ganz anderer Mensch geworden. Trink doch. Aus Marshmallow. Ja, wie? Scharfe Kurbel. Ohne Scheiß. Willst du uns umbringen? Ja. Die beiden hinten sind nicht angeschnallt. Aber ihr habt auch zwei Gitarristen. Und das was sowieso ersetzt war. Deswegen, egal. Kann man ein bisschen schneller essen. Ey.